Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video in der Reihe Tools. Ich würde heute tatsächlich nur ein kleines Detail mir mal anschauen, was möglicherweise viele von Ihnen für Präsentationen interessiert, nämlich wie man komfortabel aus einem 4 zu 3 Format auf ein 16 zu 9 Format in PowerPoint switchen kann. Denn die internen Tools für PowerPoint sind dann nicht so ganz ideal und das 4 zu 3 Format ist immer noch sehr weit verbreitet. Sehr wenige Lehrende oder Forschende stellen auf das 16 zu 9 Format um. Wenn Sie auf das 16 zu 9 Format schon umgestellt haben und damit zum Beispiel auch in Aufnahmen, Streams und so weiter und so fort zufrieden sind, dann müssen Sie das gar nicht weiter anschauen. Ich verwende das 4 zu 3 Format allerdings sehr gern, weil ich dann in den Aufnahmen das 16 zu 9 Format voll ausnutzen kann und zum Beispiel in einen Bildausschnitt habe, in dem ich ein Kamerabild platzieren kann, Logos und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz bin ich ab und zu dennoch auf Tagung und dann wäre es schön, wenn man aus dem 4 zu 3 Format, das ich standardmäßig nutze, auf ein 16 zu 9 Format umstellen kann. Und die Möglichkeiten, die ein PowerPoint dafür bietet, sind nicht so ganz ideal. Das zeige ich Ihnen mal ganz kurz, dass es dafür aber eine Option gibt, die Sie verwenden können, die allemal besser ist als die Variante in Microsoft PowerPoint. So, schauen wir mal ganz kurz auf PowerPoint selbst. PowerPoint, Sie sehen auf der linken Seite des Bildes eine 16 zu 9 Vorlage der TU Dresden. Auf der rechten Seite eine typische 4 zu 3 Präsentation, wie ich sie für meine Streams verwende. Und wenn Sie jetzt dieses 4 zu 3 Format anpassen wollen, gehen Sie auf Entwurf, dann auf Anpassen, stellen die Foliengröße ein und dann sehen Sie, können Sie das Breitbild 16 zu 9 einstellen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, also es geht ruckzuck, ist fertig und was passiert? Sie stretchen faktisch den Bildinhalt und alle Grafiken, die fest eingebettet sind, sehen dann ähnlicherweise platt aus und die Inhalte, die Sie selbst in den Präsentationen haben, werden einfach zentriert. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und wenn Sie größere Grafiken verwenden oder Ihr Design ein wenig komplexer ist, so wie das hier, dann sehen Sie sofort, dass Sie Schwierigkeiten haben und dann alle Bildinhalte separat verschieben müssen. Ist also extrem lustig. Was würde denn aber passieren, wenn wir diese 4 zu 3 Folien einfach in ein 16 zu 9 Format kopieren? Das haben sicherlich auch schon viele von Ihnen probiert. Das zeige ich Ihnen jetzt mal rechts. Dann ist zumindest die festgestellten Grafiken, wie zum Beispiel die Logos, adäquat. Also wenn Sie zumindest die Standardsformat verwenden, die Ihnen vorliegen. Und Sie sehen aber schon, dass die Inhalte genauso zentriert sind und jetzt mühevoll neu platziert werden müssen. Ist also auch nicht die ideale Variante. Weshalb ich Ihnen etwas anderes zeigen möchte. Und zwar nämlich den Service Knockout Priso, der sich genau dieser Thematik annimmt. Nämlich hier geht es nicht darum, dass man entweder maximiert oder auf die Größe stretcht, sondern dass man alle Bildinhalte oder alle Folieninhalte einfach auf die linke Seite verschiebt. Und das hat den Vorteil, dass man damit die Inhalte, Grafiken und so weiter nicht zweimal an einer Folie ausrichten muss, also wenn Sie große Grafiken einsetzen. Und es hat auch den Vorteil, dass Sie dann natürlich mit einem Standardlayout, dem 16 zu 9 zum Beispiel, frei arbeiten können. Und das zeige ich Ihnen mal jetzt, indem ich nämlich eine PowerPoint-Folie hochlade, die Sie gerade gesehen haben. Das ist diese und ich wähle jetzt, dass mir bitte diese Präsentation auf 16 zu 9 angepasst werden soll. Genau, lädt gerade. Es gibt ein paar Einschränkungen. Das Pfeil-Limit darf nicht über 30 MB sein. Und Sie sollten selbst entscheiden, ob Sie den Dienst nutzen. Dann wird der Download gestartet. Das Pfeil ist fertig. Ich würde es jetzt mal öffnen und im Bildschirm auf dem Desktop platzieren, bevor ich weitermache. Und Sie sehen jetzt schon, oder das können Sie gleich sehen, auf der rechten Seite habe ich diese 4 zu 3 Folie jetzt angepasst auf 16 zu 9. Sie sehen, die Inhalte stehen alle links. Und wenn Sie diese Inhalte jetzt in die 16 zu 9 Präsentation implementieren, das sind die Vorlage, die uns angeboten wird von der TU Dresden, sehen Sie, dass Sie hiermit ein festes Setting haben, das wunderbar funktioniert. Sie sind links, also das ist jetzt eine Ausnahme hier, sie sind eigentlich links zentriert. Und Sie müssen nur noch einzelne Grafikinhalte verschieben, die eben nicht adäquat angepasst worden sind. Und für diese Verschiebung, und dazu mache ich das Ganze jetzt mal groß, weil wir die Ausgangsfolie nicht mehr brauchen, empfehle ich Ihnen, mit der Funktion des Gruppierens zu arbeiten. Damit fügen Sie bestimmte Inhalte so zusammen, dass Sie sie zusammen verändern. Und das habe ich jetzt hier getan. Und wie Sie am Ergebnis sehen können, ist das relativ schnell und einfach zu machen. Aber dadurch, dass Sie eben nur von links nach rechts die Inhalte aufziehen müssen, ist das wesentlich im Aufwand wesentlich niedriger, also wesentlich weniger, als wenn Sie alle Inhalte und Logos neu zusammenbauen sollten. Den Dienst selbst, den ich gerade verwendet habe, den verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung unter diesem Video. Und ich hoffe, dass ich so dem einen oder der anderen sehr viel Arbeitszeit bei der Anpassung von Folien ersparen kann. Wenn Sie einen anderen Dienst benutzen oder eine andere Lösung haben, würde ich mich auch freuen, wenn Sie unter dem Video kommentieren. Und bis das passiert, oder bis zum nächsten Video, bin ich ganz herzlich hier Alexander Lasch. Ciao.